Wenn Sie wollen, schmeiße ich mich auch in die Hose, ziehe ich die Badhose an. Das Holz ist aufgespannt auf so einen Bock, sehen Sie? Das kann ich also in jede Richtung. Du kannst das drehen und da auch noch einmal. Du kannst schnitzen wie du willst. Wenn man kann. Ich sage immer, man macht das weg, das gibt jetzt einen Kopf für einen Spazierstopp. Dann wird das weggemacht, was nicht aussieht wie ein Kopf. Und dann hat man zum Schluss einen Kopf. Das ist gut, oder? Das ist gut, oder? Das ist gut, oder? Das ist gut. 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 Vielen Dank. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Ja. Vielen Dank. Warte wohl, der geht jetzt langsam gut, denke ich. Ja, gut. Da muss man noch mal gucken. Ja. Was ist? Nichts. Können wir waschen? Nein. Ach gut, Hilfe. Was ist drin? Das geht durch. Das geht durch. Die schnach ist alles gucken. Dann geht die nach. Nein, dann geht die nach. Nein, dann geht die nach. Komm her. Ja. Ja. Einmal ohne Peel. Super. Haben Sie schon fertig? Ja. Jetzt hier für uns? Ja. 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 USSS-E ollut. Das geht durch. Ja. 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 Sie stellen ohne, dann kann es das passen. Vielen Dank. Vielen Dank.